Die Arztpraxis Das ist eine Arztpraxis. Tim geht zum Arzt. Die Sprechstundenhilfe Die Sprechstundenhilfe sagt, Guten Tag! die Versichertenkarte Die Sprechstundenhilfe sagt, Darf ich bitte Ihr Kärtchen haben? Tim gibt der Sprechstundenhilfe seine Versichertenkarte. das Wartezimmer Geh bitte ins Wartezimmer Tim geht ins Wartezimmer Geh bitte in Zimmer zwei Tim geht in Zimmer zwei Tim setzt sich auf einen Stuhl Tim wartet der Arzt die Ärztin Die Ärztin kommt herein Guten Tag, Frau Doktor! Guten Tag, Tim Tim gibt der Ärztin die Hand Die Ärztin sagt, Bitte stell dich hin Tim stellt sich hin Tim wird gemessen Tim wird gemessen Er ist 1,50 groß Die Waage Die Waage Tim wird gewogen Tim wird gewogen Er wiegt 45 Kilo Der Augentest Tim macht einen Augentest Was siehst du? einen Stern einen Stern ein Haus ein Herz einen Hut eine Blume und einen Mond und einen Mond Und hier? 1,3,8,9,7,5,2,4,6 Prima! Und hier? A, C, E, H, W, B, O, Z, R, V, Y, I Super! Deine Augen sind gut! Der Mund Die Ärztin sagt, Mach bitte den Mund auf Tim macht den Mund auf Die Ärztin schaut in Tims Mund Sag bitte A Tim sagt A die Ohren Die Ärztin sagt, Ich schaue jetzt in deine Ohren Die Ärztin schaut in Tims Ohren Abhören Abhören Die Ärztin hört Tim ab Die Ärztin sagt, Bitte dreh dich um! Tim dreht sich um Einatmen Einatmen Ausatmen Ausatmen Bitte tief ein- und ausatmen Bitte durch die Nase ein- und ausatmen. Tim atmet durch die Nase ein- und aus. Bitte durch den Mund ein- und ausatmen. Tim atmet durch den Mund ein- und aus. sich hinsetzen Setz dich bitte hin. Tim setzt sich hin. der Reflex Die Ärztin untersucht Tims Reflexe. Das tut nicht weh. Leg dich bitte hin. Tim legt sich hin. der Bauch Die Ärztin untersucht Tims Bauch. Das tut nicht weh. Die Impfung Tim wird geimpft. Das piekst ein bisschen. Das ist nicht schlimm. der Impfpass der Aufkleber die Spritze Die Ärztin klebt den Aufkleber von der Spritze in den Impfpass. Die Ärztin schreibt ein Rezept. Dankeschön, bitteschön, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Die Apotheke Die Apotheke Tim geht mit dem Rezept in die Apotheke. Das Pflaster In der Apotheke kann man Pflaster kaufen. Tabletten Tabletten In der Apotheke gibt es Tabletten. der Hustensaft Hustensaft hilft bei Husten. Der Hustensaft der Hustensaft die Hustensaft Die Salbe In der Apotheke gibt es Salbe. das Nasenspray Das Nasenspray hilft bei Schnupfen. der Schnupfen Augentropfen In der Apotheke gibt es Augentropfen. Das Fieberthermometer Mit dem Fieberthermometer misst man die Temperatur. das Stethoskop Der Arzt braucht das Stethoskop zum Abhören. die Waage Die Waage braucht man zum Wiegen. das Krankenhaus der Rettungswagen Der Rettungswagen fährt zum Krankenhaus. die Krankenpflegerin der Krankenpfleger Krankenpfleger arbeiten im Krankenhaus. der Rollstuhl Er sitzt im Rollstuhl. die Krücke Sie hat Krücken der Arm der Gips der Gipsarm Sie hat sich den Arm gebrochen. Oh je! Sie hat einen Gips am Arm. der Verband der Fuß Er hat sich den Fuß verstaucht. er hat einen Verband am Fuß. der Husten Er hat Husten Er hustet Er hat Halsschmerzen und er ist heiser Heiser Er trägt einen Schal Er trinkt eine heiße Tasse Tee und nimmt Hustensaft. Er trinkt eine heiße Tasse Tee und nimmt Hustensaft. Das Taschentuch Sie braucht ein Taschentuch. Sie putzt sich mit dem Taschentuch die Nase. Sie trinkt eine heiße Zitrone. Gute Besserung! Bald ist sie wieder gesund. Bauchschmerzen Sie hat Bauchschmerzen. Übelkeit Ihr ist übel. Sie muss sich erbrechen. Oh je! Er hat Durchfall. Oh je! Er sitzt schon den ganzen Tag auf dem Klo. Er trinkt ein Glas Cola. Er isst nur Brezeln, Bananen und Brot. Rote Punkte Samuel hat ganz viele rote Punkte im Gesicht. Der Kinderarzt Samuel muss zum Kinderarzt gehen. Sie hat Fieber. Ihre Stirn ist ganz heiß. Sie bleibt im Bett. Sie muss viel Wasser trinken. Ein kalter Lappen auf der Stirn tut gut. Am besten geht sie zum Arzt. Sie hat ein Pflaster am Knie. Das ist nicht so schlimm. Ich wünsche allen Kranken gute Besserung! Werdet bald wieder gesund! Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020